Die DHV News vom 5. März 2021 Vorbemerkungen Daniela Ludwig im postfaktischen Zeitalter Herzlich willkommen bei den DHV News und vielen Dank für 180.000 Abonnenten auf diesem Kanal. Zunächst ein Haufen Vorbemerkungen. Die erste ist, wir haben wieder ein Video hochgeladen diese Woche. Ein kleines extra Leckerchen für euch, aber auch für uns, weil wir da euer Feedback haben wollen. Und es geht um die Frage, wie Urinkontrollen im Straßenverkehr ablaufen. Da hatten wir ja letzte Woche im Verkehrsausschuss eine Abgeordnete der SPD widersprochen. Und dazu nochmal einen kurzen Ausschnitt. Ich steuere dann auch noch ein paar eigene Erfahrungen bei als Polizeibeamtin. Dass jemand eine Urinprobe in freier Wildbahn abgibt und jemand zusieht, halte ich für hochproblematisch und habe ich in Niedersachsen nie erlebt. Ja, die Frau Lühmann bringt also ihre eigenen Erfahrungen aus ihrer praktischen Berufserfahrung und Tätigkeit. Aber wenn man dann auf ihr Profil im Bundestag schaut, die seit 2009 im Bundestag, also seit zwölf Jahren, in der Zeit wird sie wohl kaum irgendwelche Urinkontrollen bei Verkehrsüberprüfungen gemacht haben. Trotzdem, vielleicht hat sie ja recht, sie hat sicher weiter Kontakt zu Polizisten, die ein oder andere Erfahrung von vor dem Bundestagsmandat. Von daher, der Rest vom Video, den könnt ihr hier im Kanal finden, was ich zu der Sache gesagt habe. Und wir fragen alle, die selber schon mal so einen Schnelltest gemacht haben im Straßenverkehr, wie ist euch das ergangen? Seid ihr in irgendeine Toilette geführt worden oder musstet ihr irgendwo draußen pinkeln? Hat euch da aber jemand zugeschaut im Intimbereich und so weiter? Schaut das andere Video, kommentiert, wenn ihr schon mal die Situation hattet. Ja, ansonsten ist nichts passiert. Diese Woche war ein ganz komischer Recherchetag heute. Und da sucht man und sucht man, hat nur so lauter halbgare Geschichten und überlegt, so nehme ich das rein, nehme ich das nicht rein? So ein paar Beispiele hier zum Beispiel. Virginia habe ich schon mal erwähnt vor ein paar Wochen, wo ich gesagt habe, wird heiß, wird bald soweit sein mit Legalisierung. Ja, jetzt haben wir da einen Beschluss in beiden Kammern des Parlaments, Haus und Senat. Und ganz merkwürdiger Beschluss, das muss noch weitere Abstimmungen später geben, wo gar nicht sicher ist, ob die da überhaupt noch eine Mehrheit haben. Denn es soll erst 2024 legalisiert werden und der Gouverneur hat noch nicht unterschrieben. Ja, voll der halbgare Quatsch irgendwie, bringe ich hier nicht als extra Thema. Marokko, so ähnlich. Die Regierung von Marokko will ernsthaft die Legalisierung angehen, zumindest von Cannabis als Medizin, inklusive Anbau durch Bauernkooperativen im Riffgebirge. Sehr schön, ich habe es schon vor 100 Jahren gesagt, sobald ein paar Länder auf der Welt legalisieren, wird ein traditionelles Anbauland wie Marokko aufspringen, auf den Zug, warum sollten sie nicht? Aber auch da noch nichts Konkretes, keine klaren Ergebnisse, kommt irgendwann später nochmal, wenn da wirklich der Hammer gefallen ist. Genauso in Malta, auch da, Regierungschef hat sich für Legalisierung ausgesprochen. Lauter schöne nerdige Nachrichten für Leute wie mich, aber jetzt nicht unbedingt der Knaller für euch, also auch kein richtiges Thema. Was macht man dann? Man guckt zum Beispiel in den Newsletter von der IACM, der Internationalen Arbeitsgemeinschaft für Cannabinoidmedikamente. Die haben einen sehr schönen Newsletter. Da findet man immer sehr interessante Studien und Sachen rund um Cannabis als Medizin. Mein Highlight wäre jetzt hier fast gewesen, dass der Bedarf an Krankengeld in Staaten mit Cannabis-Legalisierung zu Freizeitzwecken gesunken ist. Also Krankengeld wird weniger angefordert, sowohl zahlenmäßig, es gibt weniger Bedarf nach Krankengeld an sich, aber auch die Höhe der Krankengeldzahlungen sinkt. Und das ist natürlich interessant, weil die Gegner einmal sagen, Legalisierung führt zu mehr Ausgaben der Krankenkassen. Haben wir jetzt schon mehrere Berichte gehört, dass das vorher nicht so stimmt. Es wird vermutet, sowohl bei medizinischen Staaten, als auch wenn sie komplett freigeben, dass es im Grunde darum geht, dass eine zusätzliche Möglichkeit der Medikamentierung von Schmerzen vorhanden ist und dadurch einfach die Leute arbeitsfähiger sind. Aber da hätte ich die ganze Studie jetzt noch lesen müssen, aber die Zusammenfassung war sehr kurz im Newsletter und so, hatte ich jetzt auch keine Zeit. Die ganzen Dinger sind verlinkt hier in der Videobeschreibung, wenn ihr da ein bisschen hinterher schnüffeln wollt. Ja, könnt ihr machen, folgt den Klicks, aber nicht wirklich ein Thema hier. Und was macht man dann in der Verzweiflung? Guckt man mal, was die Drogenbeauftragte so macht, Daniela Ludwig. Und man wird fündig, in dem Fall bei Baden Online. Allein dieses Medium, da kann man schon lustige Flachwitze drüber machen, in heutigen Zeiten, wo alles online ist. Ja, Baden Online, komische Vorstellung. Naja, lustiger Scherz beiseite. Frau Ludwig hat an der Stelle in Baden Online argumentiert, warum sie gegen die Legalisierung von Cannabis ist. Wieder mal und wieder mal sind die Argumente absolut spektakulär. Wie will ich euch mal vorstellen hier? Das Tollste gleich am Anfang. Und hier ist ein bisschen der Unterschied zu Tabak und Alkohol. Denn bei diesen Drogen können sie manche gesundheitlichen Folgen wiedergutmachen, wenn sie aufhören. Wenn man bei Tabak und Alkohol aufhört, kann man gesundheitliche Folgen wiedergutmachen. Und sie unterstellt, dass das bei Cannabis nicht so ist. Okay, bei Cannabis hat man ja auch in der Regel überhaupt keine gesundheitlichen Folgen. Insofern, was das angeht, hat sie recht. Es gibt nicht viel zurückzudrehen. Es gibt natürlich die super seltenen Fälle, ein bis zwei Prozent der Konsumenten, wo es irgendwie um Auslösung von Psychosen geht. Das ist sicherlich nicht gut. Sicherlich auch sinnvoll, dann aufzuhören zu konsumieren. Aber ansonsten körperliche Schäden, ein bisschen Atemweg, Belegung irgendwie, Bronchial, ein bisschen Husten. Wird besser, wenn man aufhört zu kiffen. Und eindeutig. Abhängigkeit, das gibt es auch bei Cannabis. Psychische Abhängigkeit wird auch besser, wenn man aufhört mit Kiffen. Aber bei Tabak und Alkohol, was meint die denn da eigentlich? Was sind die typischen Folgen, die wir kennen? Bei Tabak und Alkohol. Erstens Tod. Über 100.000 Menschen in Deutschland sterben jedes Jahr an Tabak und Alkohol. An Cannabis ist noch nie irgendwer gestorben. Und Tod lässt sich schlecht wieder zurückdrehen, wenn man aufhört zu rauchen. Herzinfarkt, Schlaganfall, das sind dann auch so die häufigen Fälle, die dann zum Tod führen. Krebs, Leberzirrhose bei Alkohol, die Klassiker. Ja, wir können hier ein Brainstorming machen. Welche gesundheitlichen Schäden kriegt man denn von Alkohol und Tabak? Da kommen lauter solche Sachen bei raus. Diese COPD, die chronisch obstruktive Lungenklabaster vom Rauchen. So richtig reversibel ist das auch nicht. Oder Arterienverkalkung. Wenn man rechtzeitig aufhört, vielleicht beim Rauchen. Wenn man nicht rechtzeitig aufhört, ist ein Bein ab oder ein paar Finger oder so, ein paar Zehen. Auch schlecht reversibel, wenn man aufhört. Also auf jeden Fall schon mal ein sehr fragwürdiges Argument zu sagen. Ja, irgendwas kann man zurückdrehen bei den Schäden bei Alkohol und Tabak. Und deswegen muss das legal sein und Cannabis nicht. Also sehr, sehr fragwürdige Argumentation. Und dann geht es weiter. Wir haben kein Interesse, den zwei Volksdrogen Alkohol und Tabak noch eine dritte hinzuzufügen. Was natürlich bedeutet, dass Cannabis bis jetzt gar keine Volksdroge ist. Dass kaum jemand Cannabis konsumiert. Und was völlig ignoriert, dass zum Beispiel die Hälfte der 25-Jährigen mittlerweile Konsumerfahrung hat. Also irgendwann schon mal Cannabis probiert hat. zig Millionen Leute mehr oder weniger gelegentlich bis regelmäßig Cannabis konsumieren. Irgendwas vier Millionen aufwärts. Ist das keine Volksdroge? Naja, auf jeden Fall war die Prohibition da nicht besonders erfolgreich, das zu verhindern, würde ich jetzt mal so sagen. Abgesehen davon ist natürlich sowieso geht es um die vierte Volksdroge. Nach Koffein ist auf jeden Fall nochmal deutlich mehr verbreitet. Und trotzdem, Cannabis ist längst Volksdroge, ja, ist längst da. Es geht um Milliardenmark von ein paar hundert Tonnen, die wir Deutschen im Jahr verbrauchen. Und die Frage, ist das jetzt sinnvoll geregelt oder können wir das noch besser machen? Dann sagt sie, das Cannabis von heute sei nicht mehr das gleiche, was man beispielsweise ihr selbst in jungen Jahren in der Diskothek angeboten habe. So die 45-Jährige. Das heutige Cannabis hat einen achtmal so hohen Reinheitsgehalt. Okay, also mit dem Reinheitsgehalt ist natürlich schon mal Unsinn. Es geht immer, also fast immer um 100% Hanfblüte. Ja, ein bisschen Streckmittel ist hier und da drin. Aber ich glaube nicht, dass sie das meint, sondern sie meint den hohen THC-Gehalt. Der ja an sich erstmal für viele jetzt nicht unbedingt ein Problem ist, sondern ein Qualitätsmerkmal. Die Leute rauchen einfach weniger davon. Ja, Frau Ludwig, weniger. Ja, ist wie bei Schnaps. Nicht aus Biergläsern Schnaps trinken. Nicht gut. Und so ist es auch bei Cannabis, dass stark ist. Es ist ja die Balance zwischen THC und CBD, die vielleicht ein Problem ist in der Wirkung. Aber das Problem ist ja auch, dass in der Illegalität durch das Verbot, durch den Schwarzmarkt, die Leute in die dunklen Keller getrieben worden sind, die Pflanze unter Lampen in optimierte Wachstumsbedingungen und jemand, der das illegal tut, natürlich pro Quadratmeter Versteck möglichst viel potente Wirkung rausholen will. In einem normalen Fachgeschäft hätte man mit Sicherheit die ganze Bandbreite an Auswahl von sehr starken Konzentraten bis hin zu sehr entspanntem Outdoor-Gras vielleicht, was Sonne gesehen hat. Also, wenn Frau Ludwig nochmal das entspannte Zeug von ihrer Zeit in den jungen Jahren aus der Diskothek nochmal haben will, ja, dann sollte sie legalisieren und dann in ein Fachgeschäft gehen und dann bekommt sie das da. Wer in jungen Jahren in einen regelmäßigen Konsum hineinrutscht, riskiert einen deutlichen Abfall der Leistungsfähigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten und psychische Erkrankungen, die nicht reversibel seien. Nicht reversibel haben wir das wieder. Ja, mag sein. Und natürlich, konsumieren in jungen Jahren ist nicht gut. Viel konsumieren in jungen Jahren, früh anfangen, alles schlecht, sind wir uns alle einig. Passiert aber trotzdem, ist bei Alkohol auch so, ja, mit 13 anfangen Alkohol zu trinken oder mit 15, ist auch nicht gesund. Passiert trotzdem, müssen wir irgendwie mit umgehen und irgendwie dafür sorgen, dass es später ist. Aber das tut das Verbot nicht. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass das Verbot irgendwelche Jugendlichen vom Konsum abhält. Außerdem verfolgen wir mit dem Verbot hauptsächlich Erwachsene. 180.000 Strafverfahren und mehr im Jahr nur wegen konsumbezogener Cannabis-Dirikte ohne Handel. Und der ganz überwiegende Teil davon sind Erwachsene, die da mit Strafverfahren überzogen werden, damit Jugendliche vom Konsum abgehalten werden, was nicht funktioniert. Also das Ganze ist einfach komplett absurd. Ich höre jetzt mal auf an der Stelle. Verweise auf unsere Seite Cannabis-Fakten.de. Da könnt ihr die Wahrheit über Cannabis nachlesen und euch erholen von so einem Unsinn hier. Und der Hinweis, dieses Jahr ist Bundestagswahl. Das ist das Thema des Jahres 2021. Bundestagswahl. Wir brauchen neues Personal. Damit bin ich schon bei den Terminen, Ortsgruppentermine. Karlsruhe trifft sich am 6. März. Regensburg, 7. März. Hamburg, Klönschnack, 9. März. Koblenz, Treffen der Ortsgruppe am 14. März. Und Hamburg, nochmal Klönschnack, 16. März. Alles Online-Treffen unserer aktiven Ortsgruppen vor Ort. Macht mit, seid dabei. Legalisiert Cannabis. Und jetzt, weil wir so früh fertig sind, guckt euch noch ein paar andere DHV-Videos an. Wir haben ja ein paar geliefert in letzter Zeit. Oder fangt nochmal bei DHV-News 1 an. Arbeitet euch durch. Wie auch immer, abonniert den Kanal, drückt die Glocke, liked dieses Video. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen geruhsamen Abend. Wie auch immer, bei Hahne Hiller. Wie auch immer, unten hier. enclosed vier castigen. Ich habe richtigeston� viaje, gehört weiß nur dir, was den Job im Moment. Und dann noch einenjed im Someubriterer. Und dann habe ich noch zwei earthenées auf dem Daumen Park weiter. Und dann habe ich noch auf deinem L смотреть. Und dann sehr mich noch runter. wo das Ganze geht um feels 여름 zu angehen. Und dann muss ich нравится die Glocke. Vielen Dank.